hallo leute ja da der liebe herr blaze ja heute irgendwie keine zeit hat zum streamen leider leider werde ich mir doch nachher so ein kleines streaming alleine vornehmen und ich dachte mir naja monster factory wäre jetzt echt doof also machen wir nachher eine runde isaac wisst bescheid 11.9 gegen 17 uhr werde ich ungefähr angefangen wieder so für drei stündchen mal gucken wie lange ich mit isaac halt durchhalte und ich hoffe dass ihr trotzdem zahlreich erscheint also bis später ciao